so da sind die liebe freunde und wir haben jetzt 117 elektrons gesammelt das ist sehr toll und wir befinden uns jetzt auf und nieder das klingt schlecht das klingt irgendwie scheiße aber das gute ist wir sind eigentlich jetzt in der welt nummer sechs glaube ich ja das ist glaube ich die welt nummer sechs wo wir halt gegen den pflanzentypen antreten werden eine riesen pflanze der gegner bosskampf wird richtig cool werden also sehr cool aber stehen und damit schweren das waldgebiet und das ist aber so aus gerade ganz oben ist was oder du bist ich war jetzt habe ich gemerkt mal da kommt man da unten da kommt man doch verlangen ja und er ist tot ich bin tot aber ich habe es gesehen in der reihe und hier aber dann bin ich doch umgebunden was war das und hat er das ist auch immer gemacht ich habe ich habe immer weh gedrückt okay das war jetzt wie sehr merkwürdig war scheiße das war richtig scheiße das ist doch ganz explodierte ding wir alle unsere herzen wieder verloren da muss ich noch helfen wie soll ich das machen mit schlagen kann ich ja nicht nach von unten schlagen kannst du jetzt 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 aber jetzt haben wir so hier ja da reicht doch recht doch recht doch das war auch hier so da scheiße und du bist wieder tot mein jo ich will nicht der warte ich komme hoch das ist das eine präzision da das war gerade sehr knapp knapp sie dich warte mal ich gehe unten lang ah die münze die hole ich mir ja hole die münze ich hole die 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 looms ja wunderbar schön wir haben die looms und wir haben die ding's gewürze geholt da oben das hole ich wahrscheinlich noch ne münze da oben ist ein stein da kommt es nicht vorbei das muss man von unten machen anscheinend ja muss aber da machen als geile ding wenn du hast natürlich auch dein herz nicht verloren jetzt nach oben sagt sagt und sagt und wir sind oben dann machen wir erst mal dass man kommt kühne kommt der könig der looms und dann haben wir die alle und dann ja die typen die haben die sie haben auch die uns befanden und die spieler mit denen also die die wollen die voll foltern und so weiter so dass wir am reisen und so weiter war richtig fies eigentlich also so kleinigkeit ich habe nur cool finde so dass es sowieso ist immer was ich an die spiele so cool findet auch immer das ist immer das was ich halt so geil finde so kleinigkeiten ach schön kann man da unten rein nein da ist da ist ein krabscher auch der mich okay das lege bewegt sich alles vorsichtig da unten ist ein krabscher da habe ich gerade gesehen bei mir ist keiner geht es doch bei mir ist keiner oh fuck ich bin zerfetzt worden warum das herz verlorene scheiße das gut alles gut wir kommen durch ja schön aber da unten ist wieder ein krabscher denn sie wenn ich gerade kann den ich jetzt gerade gar nicht gesehen aber damit habe ich ich bin ja froh dass die krabscher nicht durch einen anderen durch die wand können oder sowas das war voll fies verdammt da ist noch einer das war auch schlecht so war es gut weil wir hätten jetzt wieder auf unsere alte methode wieder machen können ja mit dem hoch schlagen und das hast du noch gar nicht abgemacht ist ja an den auto wir haben jetzt noch auch guck mal was da alles oder sind jetzt voll viel auf die rechte seite jawohl schön manchmal geht es da rein ich würde es ja gerne mal ausprobieren wo willst du rein hier nach links naja wir haben aber gerade beide herzen du hörst auch leider nicht wenn du was hörst dann sind da wir ja stimmt aber da sind ja keine dann gehen wir weiter siehste herzen immer noch mal blumens zumal zurück Vorsicht boah das war jetzt gerade nicht schwer wenn wir genau aufspringen machst du es richtig richtig risky hier gerade help me da um absob ach schön also so schwer sind die die elektronen ist gar nicht versteckt aber naja das stimmt ja geil juhu 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 schluss ja 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 er hat ich habe einen einzigen handkanten lieben hat club box das fällige macht das muss handkanten klatschen der ist halt der handkanten klatschen auf dem auf so apropos du hast du schon gespielt ich habe die beta gespielt und was sagst du ich fand es echt cool muss ich gestehen ich fand es auch gut aber das Problem ist einfach das wird auch irgendwann langweilig ja es sind halt es ist meistens das selbe aber trotzdem es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel ist da kannst du sagen aber es hält immer das gleiche finde ich so und wenn ich dann wurde fest ja wenn ich würde dann hätten er ist hier ist das ist in dem mit und dann haben wir es geschafft sogar 350 ja super es läuft es läuft echt gut wir haben jetzt schon die zweite sind das zweite Level geschafft ja oder 50 gut das gute ist dann müssen wir nicht so viel zum Schluss machen ja stimmt also noch mal die Welt noch mal nachgehen und so weiter wir müssen immer noch die Zeit die richtige Zeit oder die richtige Zeit für mich nach achten wegen der Nintendo E3 15 25 super 364 zurück zur richtung der Träume wie immer auf und nieder und ob mal wieder gleich das rennen machen können ja müssten wir 140 das sieht aus wie ein Tee das ist kein Tee das ist ein Jäger nein nein das ist jetzt ein Tee das sieht cool dass die Welt sieht aus als hier geht es irgendwie lang oder nicht geht es dann geht es lang was was ich lebe doch noch voll was was war das das war der Tod auf der linken Seite klatsch das level sieht echt aus wie in limbo der wald absolut für nur noch die kinder die einen abballern wollen die fand ich schlimm das hat mich richtig erinnert an wie heißen das noch mal ist die musik also jetzt hat man gerade so eine epische luftschlacht die doch besser ist ist hier passend hier rein ja es unten was ja das das ja das Die Welt kriegen wir am besten immer hin. Obwohl es so hektisch ist irgendwie, aber das sieht man irgendwie gut. Die kriegen wir wirklich auf den Kretsch, haben wir echt alles hier am besten. König von der Arsch, scheiße. Was sind Pflanzen? Nein, die haben wir nicht bekommen. Verdammt. Ah, wieder ein Herz. Wunderbar. Ja, wunderbar. Geil. Ja, wir sind schon, glaube ich, fast. Ja, wir sind schon locker bei 200. Ah, schön. Oh, was ist jetzt? Alter, was ist jetzt? Oh, wird's jetzt schwarz-weiß? Ja, guckt sie an. Ja, so ein bisschen schwarz-weiß. Und sieht man noch. Oh, oh, ich bin so fett. Nee, ich hab's geschafft, aber. Da ist was drin. Ja, jetzt wieder schwarz-weiß. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Und davon die Nadeln hier überall. Oh, fuck. Boah. Was ist so? Damit kommen wir jetzt ins Gebiet der Pflanze. Ja. Die Pflanze ist ja so eine Sünder, so eine Stachelpflanze. Hab ich mir fast gedacht. Alter, wie cool. Alter von Knappelig. Alter ist das knapp immer. Oh, ich hab' ich hab' kein Herz mehr. Ich hab' ein Herz. Oh, dank dich. Da unten ist der König hier, die König, oder? Alles gut, oh. König, haben wir? Ja, ja, wunderbar. Ja, schön. Locker. Oh, aufpassen? Musik, wir haben's geschafft. Weil Moskitomusik. Nee, wir haben's noch nicht geschafft. Aber es sieht sofort nicht aus. Nee, der Schein trügt. Nein, ich bin tot. Warte, ich hab' dich hab' dich. Ihr Unter. Wunderbar. 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 Wir haben's geschafft. Ah, schön. Ah, toll. Das geht's gut. Voll locker, voll cool. So, nice. Oh, schön. Schön. Schöne Ding hier, schöne Ding. Und ich hab' die meisten Punkte? Ja. Irgendwie bei den Fliegen-Ding da, da, da. Ja, weil du mal vorfliegst. Ja. Aber wieder 150, das heißt, wir schaffen aber keine 350. Aber hält auch kein Mensch, oder? Nee, schon. So. So. Schade. 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 Schade, wann wann wir da bei den Fliegen-Ding da, da 50? Immer schon? Ich glaub' ja. Weiß ich gar nicht. Jetzt kann gutmüxeln, oder? Da hab' ich jetzt auch nicht so drauf. Scheiße. Aber egal, komm' das ist nicht so schlimm. Ja, es läuft gut. Alter, ist das mögliche auf dem Sofa die ganze Zeit zu sitzen. Weil ihr müsst euch, ihr müsst uns echt mal sehen. Wir sitzen hier voll auf der Couch. Und äh, nehm' wunderbar auf. Haben vor uns so richtig die Kino-Lineband aufgebaut, sozusagen. Richtig geil gemacht. 125. Ich glaub' das schafft man nicht mehr, dass man hier jetzt mit dem Level dann das Stand machen können. Nee, da brauchen wir 140. Augenzurren durch. Na, das klingt gut. Ist das jetzt schon der Endbus? Nee, ich glaub' nicht. Sicher? Weil bei Auge, da fällt mir was ein bei Rayman Origin. Oder ich weiß gar nicht, ob's Origin war. Mit diesem Endgegner, dem Riesenviech? Nee, nee, der kommt noch nicht. Ich glaub' der kommt erst im nächsten Level. Ja, im nächsten Level ist es da. Nee, da ist... Oh! 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 Was? Lauf, 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 lauf! Alter! Was? Und es ist voll ruhig. Wirst du das? Ja... Also jetzt, bis auf das, die singen halt. Uuuuuh! Ja, ist echt keine Musik gerade, ey, da ist es krass. Das werden wir ver... Ne, wir werden jetzt verfolgt von dir! Alter! Ich glaub' das war das Level, wo wir von der Pflanze verfolgt werden. Ja, es sieht schon so aus wie so ein Verfolgungslevel. Ah, da oben ist was? Da oben, da oben. Okay, da lang. Hab' schon was gesehen. Ich glaube, das müsste das Verfolgungslevel sein. Das erinnert mich ein bisschen grad ans zweite Level von Rayman 1. Jaaa! Wackel, wackel! Sooo, da sind wir wieder... draußen. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir werden jetzt wirklich richtig verfolgt, oder was? Ich glaube, wenn es das Level ist... Hey, 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 hey! Wo ist denn? Ja, hier, da unten. Wegen dem da hier. Weil das meins ist. Der hat die Karte hochgekickt. Ah, dankeschön. Das war schön noch. Pass auf, ja. Ja, komm' hoch. Aber... Ja, ich erinnere mich irgendwie an so einer Stelle, wo wir hier verfolgt wurden. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Komm' mal. Komm' mal, bis das alles... Ja, komm' wieder runter. Ja, schön. Na, fuck. Na, okay, alles klar. Ich hab' das Gefühl, dass wir verfolgt waren gleich. Ich hab' das Gefühl, dass wir verfolgt waren gleich. Es gibt so ein Level hier wirklich bei Rayman Origins, wo du verfolgt wirst von dieser Riesenpflanze vor dem Endpost. Okay. Okay. Geh' nur auch da lang. Ich hab' die Karte bedingt. Ah, schön. Ach, ausgetrunken. Und den noch nicht? Ja, das schaffst du noch. Jawohl. Ich weiß ja nicht, wo die Pflanzen dort kommen. Ich sehe die Pflanzen nicht. Jetzt sehe ich sie. Ach so, das wär's gar nicht geschossen als Wasser. Ach so, okay. Das wäre jetzt halt so eine Pflanze gewesen. Aber egal. Zack hoch. Das sieht die ganze Zeit aus, ob sie verfolgt hat. Tui mir leid. Ich wiederhole mich die ganze Zeit. Aber vielleicht kommt das erst noch. Ich glaube, das kommt noch. Ich hoffe, dass es jetzt nicht gleich nach oben kommt. Ja. Doch. Doch. Hier ist sie, glaube ich. Ja. Okay. Nach hinten her, doch jetzt. Ah. Entschuldigung. Kann eine Mütze über dich haben. Du bist nach unten. Da ist noch was. Ja, ich weiß nicht. Und noch ein paar Looms. Das ist mein Herz für dich. Dankeschön. Warte, warte, warte. Zack. Das war sehr knapp. Ja. Oh, oh. Das Herz. Scheiße. Jetzt halt. Zack. Zack. Wunderbar. Warte, warte, warte. Warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Das mach ich jetzt mal. Mach du das mal. Ja, wunderbar, cool. Das ist geil, schönes Ding. Das heißt, wieder Münzen oder Ende. Boah. Warum sag ich eigentlich immer Münzen? Hm, das ist ja gut. Boah. 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 Dann wäre ich beide reingesprungen, aber das hat doch noch knapp gewesen. und durch was jetzt passiert ich will nicht es sieht echt so doch ja es kommt jetzt doch ich muss jetzt durchkommen dann was die andere ich glaube das war doch die andere ich glaube das ist das level oder das nächste ich bin tot wo es mich geht es tut mir leid und hoch ich hab was gehört das gibt es doch nicht rechts war es ja darum rechts man nur das gibt es noch nicht kommt sagt 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 und weiter geht es nicht vergessen wird der seite war noch eine münze machst du ja das sind ja wo dass die münze japan so ja und alles klappt es um so jung ist der lumen king lumen king lumen king lumen king Scheiße dass wir das Herz verloren haben da ist aber noch eins in der Luft da war noch eins war cool das kommt jetzt irgendwie viel öfter Vorsicht das also cool das müssen wir wieder gehen ich geh nicht um ich bin ich bin tot Alter ich hab dich also die Dinger werden immer geiler aber und die Dinger die Dinger die Dinger die Dinger die Dinger und die Dinger die Dinger die Dinger die Dinger 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 der Anstieg wieder vorbei der Schöne vorbei die Schäge in 20 Minuten vorbei aber wird dürften es auch gleich geschafft haben mit dem mittel mit dem da wird echt vor der stelle durchziehen ja natürlich noch da machen wir doch schon durch alter alter was ich noch voll lange hatte ich warte ich ich kann das war ein du kannst du keinen wir müssen ganz schnell hoch springen und wird tot das war das war das war richtig flüssig das war sehr flüssig so freunde ja das war's wieder von rennes heute wieder wir haben wieder viel geschafft ja und wir sehen uns dann im nächsten tag von diesem schön mit mir und schauen wir uns noch schnell noch die punkte gekriegt geil wir haben es geschafft ja nice nein 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 scheiße wir haben es geschafft du 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 also dann freunde macht's gut bis zum nächsten paar tschau